Jo Leute was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um meine erste Animation. Ich versuche heute zum ersten Mal animieren. Ich hatte es ja schon mal einmal versucht gehabt, aber das habe ich dann wieder in die Tonne geschmissen, die Idee, weil ich es einfach nicht konnte. Und jetzt habe ich mich endlich mal drangesetzt, mich getraut und habe es versucht. Und wie das Ergebnis geworden ist, seht ihr am Ende und den Charakter, den ich jetzt animiert habe und erstellt habe im Illustrator, blende ich jetzt auch immer am Anfang des Videos ein. Bis zum nächsten Mal. 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 Illustrator angefasst habe, ist die Vektorgrafik eigentlich ganz gut geworden und ich mag eigentlich den Charakter. Und jetzt versuchen wir das Ganze mal zu animieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das Video war richtig viel Arbeit, also würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen und wir kommen jetzt zum Ergebnis. Das Video war richtig. Das Video war richtig.